So, dass ich von hinten den Ezreal wegknallen kann. Nicht auf den Aftershock-Boy. Later. Sehr gut. Haben wir noch was? Nice. Nice. Könnte Flash-Q-Slow machen, aber... Oder ich mach einfach... Das war eigentlich mein Kill, aber... Ja, Alter. Shinobi-Envade. Envade einfach. Der En... Nice. Auch ein Kill für mich. Shinobi-Envade. Yuzu des Envades. Geile Meile. Können wir noch shoppen? Ja, was kaufen wir? Ein Pullover. Ein guter Shinobi startet stets mit einem Pullover. Und noch ein Pott. Wer ist gestorben? Rengar. Hat dafür aber auch ein Kill bekommen. Mit Draven wäre halt geil gewesen, den Killer, aber man kann nicht alles haben in so live. Ist das selber 4? Leider nicht. Platt 23. Komm schon. Bah! Wir haben jetzt leider... Wir müssen berücksichtigen, wir haben kein Flash, kein Ignite. Die Frage ist, was hat er? Das wissen wir nicht. Was hat er ready? Was hat er ready? Kriegst du selber zurück, du Pisser. Wenn er nämlich noch Flash-Ignite-Stuff hat, dann ist es halt gefährlich. Ich finde das eigentlich so viel angenehmer, dass sie den Heal von der Q runtergenommen haben. Sie haben ja gleichzeitig den Dings erhöht. Den Life-Rack. Das ist eigentlich voll angenehm. Da, äh... Problem ist... Also ich wäre da, aber ich... Also, ich bin sehr unmobil, ist das Problem. Oh mein Gott. Oh mein Gott, ich bin sofort. Ja, so, ich konnte ihm leider nicht... Also, nächstes Mal bin ich schneller da, aber ich bin leider Shinobi langsam. Also, ich habe keine E. Nix. Keine E. Keine E. So, wir machen mal hier das. Verkaufen mal den. Und gönnen uns den. Let's go. Let's go. Sieben Kills. In Minute 3. Welcome. Noch mehr Amor wäre auch gut gewesen, ja. Aber... Vielleicht böllern wir ihn jetzt einfach aus dem Leben. Er hat sogar Flass gestarrt. Der muss ja richtig Respekt haben. Aber er hat einen Kill bekommen, Leute. Ich glaube, er hat auch keinen Flash, denn sonst wäre er nicht gestorben. No, Shinobi no. Alter, wir haben Red Buff. Wir können ihm jetzt volle Mühe geben. Potenziell. Ich mache jetzt die Poke-Kombo, Leute. Na gut. Die Idee war cool. Oh, lol. Das wäre ja richtig lustig gewesen. Hätte ich den jetzt mitgenommen. Bis in den Nexus rein. Ich kam leider nicht weit genug. Die Idee war gut. Ausführung war auch okay. Aber Reichweite war not so nice. Reichweite it was not so nice. Reicht nicht, scheiße. Bleiben wir? Weiß ich nicht. Wir haben Doran's Shield, er nicht. Aber er hat so'n HP-Ding und er hat seine Q. Hat er keinen Bock mehr? Wahrscheinlich nicht. Aber jetzt wird's ein bisschen. Ich hab ein bisschen viel Tau-Dawage bekommen. Das war nicht so gut. Es kann sein, dass er... Ich glaube sogar sehr daran, dass er gleich da über die Wand springen will. Glaub nicht, dass er schon... Vielleicht ist er schon shoppen, aber ich glaub eigentlich nicht dran. Das ist geil, die kommen, wenn sie klappt. Also es ist schon nett. Es ist schon nett, aber man gibt natürlich ein bisschen Damage auf, ne? Wenn man, ähm... Wenn man, ähm... Weil man die Ehe halt nicht hat, ne? Aber es ist nett. Das hier ist nicht nett. Das ist gar nicht nett. So, was hat er? Er hat doppelt Schwert. Wieder drei Flusspots. Ähm... Ich werd, glaub ich, vor ihm Level 6. Meint, die wird von mir, könnte sein. Das Problem ist, er fehlt. Okay, also. Ich würd ihn engageren, aber ich hab... Ich glaub, wir brauchen... Wir müssen den Feuerparken. Ich glaub, einfach so können wir ihn nicht töten. Ich glaub, einfach so funktioniert das nicht. Fuck. Oh, zu lang gewartet, aber ist okay. Okay, also man braucht die Ehe ja nicht zwingen. Ich muss das im Auge behalten. Ist nicht ganz unwichtig, aber... War jetzt nichts schlimm. Vielleicht sollte ich Botland roben? Ich würd ihn halt echt gern töten, aber... Weiß nicht. Ich glaube, ich unterschätz mein Damage gerade. Aber er ist auch zu nah am Turm hier. Na, ich tue ihn da zu viel am Turm. Ich krieg zu viel unnötigen Damage und werd gleich gekillt. Das ist nicht gut. Das muss ich... Okay, Talon roamed. Danger. Danger this. Danger this. Vielleicht können wir ihn auch töten. Oh, ja. Shinobi Ignite. Ha! Na ja, man muss nur Meister der verbotenen Techniken sein. Dann ist das alles free. Dann ist das alles free. Können wir noch einen Blade gönnen oder ist es nicht drin? Ein Blade geht immer. Die Regel gibt's. Warwick ist gerade da oben. Das heißt, wir haben noch eine Sekunde Zeit. Also er will da irgendwie... Er pinkt den Dings, aber ich muss unbedingt shoppen. Ich muss unbedingt... Ich muss shoppen, wirklich. Also ich finde es cool mit den Furnal. Aber ich muss eben... Also ich glaube, ich truste einfach mal. Ich sende ein bisschen Trust an meine Mates. Sehr gut. Trust wurde... Geliefert. War nicht Zettmeister der verbotenen Techniken. Ich bin Zett... Äh, ich bin Meister der verbotenen Techniken. Ne? Ähm. Free. Aber Toran Shield ist so mächtig, Leute. Es ist eine mächtige Waffe in den richtigen Händen. Tan hat leider Toplane gekillt. Das ist nicht so geil. Alter, ich bin 3-0. Was passiert? Was passiert? Ich muss mein Team carryen. Ich könnte Botlane-Gank machen wir auch. Wie lange hat das eh cool noch? Habe ich das wieder ready, wenn ich unten bin? Vielleicht. Ich komme. Ich bin unterwegs. Ich glaube, ich hätte den abgeben sollen, den Kill. Ich hätte den echt Draven geben sollen. Aber dann müssen wir jetzt Ezreal halt noch eben töten. Tan ist in der Mitte. Hä, Shinobi, hä? Ja! Servus, Ledo, Ledo! Ledo, Ledo! Nervier, Shinobi, ähm... Shinobi, Dings. Tower. Kais, das war ein Kais, ja. Wollen wir uns jetzt gucken, dass wir nicht hier weiter bladed? Alter, 6.0. Welcome, welcome, welcome. Welcome, 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 welcome. Shinobi Blade. Es waren einfach 900 Gold. Ich musste irgendwie drauf drücken, aber... Scheiße, das war echt nicht gut. Gerade für Talon auch noch. Kacke, und jetzt killt er mich. Das ist das höchste Gut aller Güter. Talon fehlt, Leute. Talon kommt gerade wieder mit. Den könnte ich fast töten, Alter. Aber ich weiß nicht, ob der Ult hat. Und ich will nicht Tower-Diven, ganz ehrlich. Aber der können wir jetzt ziemlich töten. Denkste, Akai, ist für Gold, Ledo gut. Wenn du sie beherrscht, sehr gut. Wenn du sie nicht beherrscht, ist sie kompletter Müll. Also, ich würde nicht sagen, dass ich sie gut bin. Also, ich würde sagen, ich bin okay mit ihr. Wenn du sie gut kannst, ist sie bestimmt Giga-Broken in Gold. Aber wenn du sie überhaupt nicht kannst oder nur ein bisschen kannst, dann ist sie überhaupt nicht gut. Wir könnten gucken, dass wenn Talon Botlane kommt oder Warwick, wir den abfangen. Ich weiß nicht, ob hier Vision ist. Weiß man nicht. Ich glaube, zuerst dann wäre besser, oder? War gefährlich, wenn er in der anderen Richtung escape wäre. Ich glaube, ganz ehrlich, man sagt ja mit E zuerst engage. Ich glaube, Ult ist besser, weil du dann safe einen Stun hast, oder? Und wenn du safe einen Stun hast, hast du auch safe... Safe einen Dings. Ähm, nen... Nen, äh, hier. Nen, hier, wisst schon. Oh, komm, ein Blade, ein Blade, ein Blade, ein Blade, ein Blade. Go for the Blades, go for the Blades, go for the Blades. Die Molle schwärzt geil, aber habe ich nicht. Ich glaube, die Rune, ich weiß nicht, die ist nicht gut. Wobei, in diesem Game wurde ich auch nicht viel gepokt, muss man sagen. Lalalalalalalalalala later. Shinobi later. So, jetzt gehen wir schnell Gunblade bauen. Fertig, schön bauen. Geil, geil, geil. Wenn du halt einmal fett bist, du... Teilweise brauchst du nicht mal mit der Ult treffen, glaube ich. Du machst also den letzten Ultsprung, um schnell ranzukommen, aber nur in Range. Q, Ignite, Auto-Attack, Babadabam, Spram, Spram, Labadaboo. Labadaboo, jetzt gönnen wir uns noch Sonjas. Wow, ich ging doch nicht. Akali ist aber auch relativ schwer zu ganken, muss man sagen, ne? Also ja, macht ihr nicht, ihr wisst auch schwer zu ganken. Hallo, sprich, what? Du hast halt ein Escape, zwei Escapes, drei, vier. Du hast vier Escapes of Akali. Das ist schon vier, wenn wir very ehrlich sind. So, ich lasse Draven den Tower, weil ich ein Ehrenbruder bin. Und gete in der Zeit mal den da unten, den komischen mit der blonden Haare Frisur. Wir sollten aber nicht für den Throw gehen. Aber ich bin nur 150 Oros wert, also es geht. Ich glaube, er hat mich gespottet. Dann pushen wir einfach. Wir können auch splitten, tatsächlich. Wenn ihr gut im Game bist, ist der Wave gleich Sahne. Sahne! Sahne! Ich weiß nicht, ob der hier wischen hat. Ich glaube schon. Ich glaube schon. Okay, hier geht's. Das ist das Beste, was ihm passieren kann. Von hinten rein, in die Mayonnaise. Das ist a very... Ah, okay, komm. Nee, nee. Shinobi Blitz! Ach, herrlich. 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 Na, da habe ich schnell die Fingerzeichen geformt. Und GG. Und GG. Schööööööön. Alter, wir haben einen Tod, Leute. Oh, Leute, die haben eine Kasupaya. Stimmt, noch gar nicht gesehen. Ich habe einen Tod und der ist... Fragwürdig. Äußerst fragwürdig. Ähm, wie viel brauchen wir für Sonyas? 1350 wobei wir erst mal ein ding sparen können wir können im kurs portland laufen und reicht nicht okay nehmen wir eine nehmen wir damit würde ich sagen ich weiß aber nicht ob ich direkt so das ausbau ich glaube wir gehen für den advanced bild oder ich will ja auch immer noch mal ga plus ja plus dinge ausprobieren ist ja hier bescheid wir machen so folgendes wir gehen in sonja so ne komm wir machen das so aber wir bauen ja wahrscheinlich wir haben die stopwatch zwar jetzt nicht benutzt das bin ich kein freund von aber wenn wir wenn wir den ga kaufen ich meine ich bin so giga big im game gerade sieht es doch nicht aus weil ich nicht so viele items habe aber das ist very fine ich glaube ich kann jetzt legend alles bauen mache immer noch giga für der mensch jetzt kaufen wir ein ga dann sind wir der unsterbliche shinobi lord wen muss ich töten talon israel israel hat nur amor deshalb ich bräuchte auch mal den radar kappen realisierer der unsterbliche shinobi lord mir fällt da nichts anderes dazu ein was ich dazu sagen kann nur dass wir jetzt sehr wenig ap haben wir ein drake nur infernal es sind tomaten die können wir essen leider haben wir jetzt nichts mehr leider haben wir nichts mehr eigentlich ich kann nicht fahren weil hier nichts mehr ist weil ihr gepusht wird ich kann nicht kann nichts leute ich kann nix schade schadio mamiuladio ich komme dreifen dreifen ich kann ich kann blitz machen blitz raus wer ist hier wer ist denn hier der draven im moment war stimmt oder was nähe der messer in der der da rios gerade das ist ja schlecht und mann es wird muss raus ich muss echt ich kann noch toppen fahren weil ich muss ich will mir einen stunden glas haben das problem ist ne bern ist nicht da das könnte aber gleich sein dass man es kommt die müssen wir instant shinobi deutsch machen oder wie es noch mal das geht auch das war doch der blitz wieso hat das den draven nicht gerettet es war der blitz leider geist fokus plies dd 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 dv fp ich habe 144 also mein bildschirm macht sagt man das oder herz herz 144 herz hat mein bildschirm oder willst du das hier wissen aber das ist ja kann er wenn das hier 300 hat aber der bildschirm nur 144 schafft dann bringt das ja nichts oder so proteik es wird nicht angezeigt du kannst gerne mal refreshen vielleicht hilft das einfach mal den streamen fashion so wir müssen jetzt gucken also wir müssen es will der hat keine magie sind das heißt jetzt wäre opfer und ich glaube die machen gerade bären tatsächlich weil der hund da very straight hinläuft hat er schon gegräbt oder kommt der noch das ist so cool im wurf die im rennen die blades zu werfen so passt auf und wir machen jetzt shinobi shinobi wand ich bräuchte ein wort das wäre gut auch shit aber wenn das jemand angreift dann sehe ich ihn ja bräuchte hallo ich mache shinobi time by ich habe kein ap vielleicht ist das doch nicht so klug hier kann auch blades machen und gun blade und gegen halt noch mal blades mein bärchen haben wir auch bekommen ja wenn du den grenz weg in aber nur dann vielleicht sollten wir auch sein ich meine lass mal bärchen nicht abgeben ich bin mal kurz shoppen ich hätte das hier benutzen aber es war ja es musste schnell gehen irgendwie ja so shinobi time bei war okay ich dachte so ich kill jetzt einfach alle dachte ich aber dann also wären nicht alle da gewesen dann wäre es so wenn nur drei gewesen hätte ich die glaube ich sogar gegettet wobei ich wäre vielleicht sogar versteinert worden weiß man nicht vielleicht ist das aber also wir haben bären bekommen es war okay ich wollte ja auch zeit kaufen das war ja wichtig es war nicht nur zum einen wollte ich die gegner überlisten aber zum anderen wollte ich auch zeit für mein team kaufen kann man die bronzer bot verkaufen wir man ja aber wir bauen jetzt leute wir verkaufen die nicht wir gehen für den für den next item akali skaliert ja mit ad es ist also nicht wasted oder so und ich würde antrag auf wir haben genug der mensch machen ich bin einfach shinobi time bei das das ist einfach genau das ich bin einfach nur da und sterbt nicht der unsterbliche goldene shinobi von ninja kure win was soll man sagt schön schön shinobi schworpupe ja welcome welcome schön das war das war eine schöne runde also wir haben einen tod der war sehr schwierig aber sonst war es eine sehr schöne runde würde ich sagen 8 10 13 14 15 16 16